Hey Leute, willkommen zurück zur Arena of Vaila mit den Wehrhasen wieder, aber diesmal nicht im Ranked, sondern im Hakenkrieg. Wir wollten ein bisschen Abwechslung, auch für euch und nicht nur für uns. Mit dabei ist Bizarrius. Moin, moin. Blacksoldier, na? Hallo. Und der stumme Ironhammer und ein random Spieler, der zufällig auch Black heißt, wie cool ist das? Drei Blacks, das wird lustig. Vor allem immer schon abwechselnd. Wie ihr wisst, den Hakenkrieg bekommt man random einen Helden zugewiesen. Mhm. Ich hab's doch schon gesagt. Hä, ich hab' einen ganzen Satz geredet. Habe ich nicht gehört. Wahrscheinlich hast du gelegt. Und auf jeden Fall den letzten Björn, da kann ihn, was aber nichts heißt, den Hakenkrieg, denn es ist ein bisschen was anderes, ne? Immer schön im Viereck, bleiben Leute, ab geht die Party. Oder recht der Quirin, ist es gleich. Das hat vier Ecken. Gehner kommen, gehen wir kommen. Oh, da kann man dir Hakenkrieg, ich schieße mir die Rakete rüber, wollte ich sagen. Und bin drauf, ich bin drauf, ich bin drauf, oh nein. Oh, sehr schön, sehr schön. im kreis beim dayana im kreis bleiben nein du warst draußen immer schön drin ich ziehe rüber ich wurde gehuckt sie ist ja nicht im kreis ist keine gefahr es geht darum dass wir den kreis lange halten aber die kiste zerstört kriegt man sich gold bonus ja ich habe darüber gezogen leider ausgeschubst das mit zu trinken mann daneben aber das ist die labe gelegt 3 prozent für uns noch hat sind so viele drin von der mich auch schon wieder getötet drei leute rein was das war nicht getroffen aber die haben nicht getroffen das ist ständig zu mindestens zu dritt drin sind und zwar immer die position haben die rocke drüber geht es eigentlich dass ich meine ultime einsätze über den über den abgrund nein die töten mich schon wieder überlebt die schlechte man muss der zucker ist rüber gesprungen zu mir und habe mich umgebracht das war auch cool ist natürlich auch eine idee einfach zu gehen rüber sprechen also schon level 5 der haar kein krieg ist übrigens nur am wochenende verfügbar weil sie auch mal um die tagen krieg spielen wollte dass sie aber nicht glaube tschüss johann sehr schön warum ich hier keine musik habe hat die musik ich habe in die ton an ich bin auf der anderen seite ich werde gerade getötet noch mal super fies ich kann ich jetzt mit meiner ulti darüber geht sich das aus testen oder aber jetzt kann ich endlich items kaufen habe ich die ganze vergessen nämlich im tod items kaufen können aber wir sind der führer oder zucker der zucker spreng drüber er ist ganz hardcore es war dumm von ihm nicht erwischt bin hacken leider die und die von arzten kreis hier auch ziemlich geil muss man sagen sehr schön wir sind 40 prozent in führung der zucker tötet mich halt voll leicht vom leben wie soll ich mich da verteidigen das ok da bin ich auch sehr leicht ja ich weiß nicht wie ich denn da kann hier um springen bei uns einfach ganz easy oder ist schon hardcore hat du bist nicht im kreis oder ganz viel immer schon drin beim alle nein sogar das wird was das wird das 45 prozent zu 44 prozent er zieht nicht schlecht dass die volle kontrolle zurzeit drei spiele von uns drin zucker weg sehr schön neu gezogen tot hat sogar bei uns als k ich habe ihn gefangen kann den töten ja sehr schön nach sobald ich brauche doch jetzt eine zweite fähigkeit um schneller zu euch zu rein zu laufen 64 zu 44 prozent das sieht gut aus und die drauf und tschüss aber das bringt auch nichts hier mal ein bisschen rum wo wir sind am gewinnen ich bin am arsch ich bin am arsch ich bin am arsch nein ich wurde zweimal gehuckt auch noch mal auf der gegnerseite aus der wiese rausgezogen ja 77 prozent zu viel für sich das sieht nice aus das wird was leute das wird was der hackenkrieg am wochenende ist real sogar die sau ich habe die schatzkiste geklaut ich gucke mal rüber leider nichts getroffen aber sind gerade wieder in der überzahl das ist eine peurer die stadt hier rum nein wurde darüber gezogen 89 prozent zu 252 das holen wir easy das holen wir easy aber der zucker der rassiert schon durch leisten seine teammates nicht die besten und auch nicht ganz brav in vielleicht die ganze zeit haben wir es geschafft, echt? easy win was ich gerade gemacht habe ich kann mit der joker ulti auf die gegnerseite rüberspringen und wieder zurück das sah cool aus iron hammer unser MVP als Arthur ziemlich nice kann Spaß machen so ein artenkriegchen zehnmal gestorben und ich feiere unseren black dragon der hier auch dabei war noch ein black drei blacks ja, hackenrieg, wie gesagt, könnt ihr nur am wochenende spielen Samstag und Sonntag kann Spaß machen aber ja muss man jetzt nicht das ganze Wochenende durchsuchten, würde ich mal sagen und mal eine kleine kurze Folge für euch aber wenn es euch gefallen hat, lasst euch mal einen Like da und probiert es auch gerne mal aus den Hakenkrieg kann Spaß machen und wenn ihr euch so verpassen wollt, lasst ein Abo da für die Wehrhasen und die Community viel Spaß, Leute, haut rein bis zum nächsten Mal und ciao Tschüss Tschüss Tschüss